Wir sind zurück mit unserem Newsletter für den Oktober 2020. Heute im Büro oder beziehungsweise in unserem Studio für Sie an meiner Seite Christa Merten und an meiner Seite die Liana Heimann. Und das sind unsere Themen. Lebensmittelgroßhändler Rolf Nagel entscheidet sich für Gbis ERP BC. Handlungsempfehlung zur Mehrwertsteuererhöhung zum 01.01.2021. Achtung, Sicherheitslücken bei Microsoft Exchange Servern. Verein Herzkranke Kinder sagt Danke. Mit Rolf Nagel haben wir einen weiteren namhaften Lebensmittelgroßhändler, der sich für Gbis ERP BC entschieden hat. Das Unternehmen mit seinen 250 Mitarbeitenden hat sich auf die Versorgung von Metzgereien spezialisiert. Sie führen ein Sortiment mit über 10.000 Produkten und dazu gehören Fleisch, Käse, Feinkost, Zubehör sowie Bioprodukte. Ausschlaggebend für die Entscheidung unserer Lösung Gbis ERP BC für den Lebensmittelgroßhandel war das Know-how und hohe Engagement der beteiligten Kollegen sowie insbesondere der Business Unit Lebensmittel. Die Firma Rolf Nagel fand sich zu 100 Prozent in den Geschäftsprozessen wieder, die live vor Ort präsentiert wurden. Dabei wurde und unter anderem auch andere Produkte aus unserem Hause vorgestellt, wie BI One, DMS, Azure Cloud und Microsoft 365. In Zeiten von Corona ein klares Signal für einen innovativen Blick und den Wunsch nach mehr Digitalisierung. Wir freuen uns auf das Projekt und auf einen offenen und innovativen Neukunden. So und hier haben wir nochmal wieder das Thema der Mehrwertsteuer. Gemäß dem Konjunkturpaket der Bundesregierung bleibt uns die reduzierte Mehrwertsteuer bis zum 31.12.2020 erhalten. Ab dem 01.01.2021 gelten wieder die alten Mehrwertsteuersätze von 19 und 7 Prozent. Zum Glück haben wir diesmal etwas mehr Zeit, um die Systeme darauf vorzubereiten, als bei der Mehrwertsteuersenkung im Juni. Damit im nächsten Jahr auch alles entspannt startet, haben wir eine aktuelle Handlungsempfehlung für unsere Kunden zur Mehrwertsteuererhöhung erstellt. Die erhalten Sie per Mail von uns. Und bitte lesen und nutzen Sie nur diese Handlungsempfehlung, denn es gibt viele andere Anpassungen, die Sie speziell bei der Erhöhung beachten sollten. Wenn Sie Unterstützung bei der Mehrwertsteuerumsetzung benötigen, erstellen Sie bitte frühzeitig einen Beratungsvorgang. Wichtig zu wissen, denn ab sofort können Sie die komplette Einrichtung für die Erhöhung vorbereiten. Packen Sie es an und schaffen Sie sich viel Freiräume für andere Jahresendthemen. Microsoft hat im Februar 2020 eine kritische Sicherheitslücke im Exchange-Server geschlossen. Sie ermöglicht es Hackern, Systeme über das Internet komplett zu übernehmen. Diese Lücke betrifft alle Exchange-Server ab 2003. Patches, um diesen Fall zu beheben, stehen nur noch für die unterstützenden Versionen 2013, 2016 und 2019 zur Verfügung. Und für das Notfallpatch für Exchange 2010. Wer noch Exchange 2010 im Einsatz hat, sollte bitte überlegen, nach Exchange Online zu migrieren. Denn die Online-Miete bietet viele Leistungsmerkmale gegenüber dem Neukauf aller Lizenzen und der Aufrüstung der Server. Für Systemkoordinatoren gilt, wenn neuere Versionen im Einsatz sind, müssen Sie neben der Installation des Sicherheitspatches erst handeln, wenn die Hardwaregarantie abgelaufen ist. Denn dann wird auch eine Online-Migration für Sie wirtschaftlich interessant. Angebote dazu gibt es von unserem Kollegen Andreas Lübcke. Und hier haben wir noch einen guten Tipp für Sie. Mit Managed Service übernehmen wir das Patchen und Testen der Patches zu einem vereinbarten Wartungsfenster für Sie. Ist Ihr Interesse geweckt? Mehr Infos zu Managed Service gibt es im Team von Marco Klenner. Genau. So, zum Schluss noch eine schöne Mitteilung für das erste Sommerfest des Herzvereins Kranke Kinder e.V. haben wir im Juni 2019 einen Teil unserer Außenfläche zur Verfügung gestellt. Unter anderem für Attraktionen wie Hüpfburg, Kinderschminken, Glücksrad, Würstchenessen, Fotobox und vieles mehr. Sehr gerne haben wir damals das Team mit uns als Gastgeber unterstützt. Als Dank für unsere Hilfsbereitschaft gab es von dem Verein jetzt den Award Helfer mit Herz 2020. Da sagen wir ganz lieb Dank. Und nun haben wir noch folgende Webcast-Hinweise für Sie. Am 30. Oktober geht es um das Thema Zillow IoT – Neue Services für die R-Linie. Am 6. Oktober GEWIS Plus – Spannende Mehrwertlösungen für die R- und G-Linie. Und am 20. November geht es um das neue MDE-Gerät der GWS Almex Allegro für die R- und für die G-Linie. So, wir sind schon wieder am Ende unseres Newsletters für den Monat Oktober. Und wie immer, wenn Sie Lust haben, zwischendurch mal zu schauen, was bei uns los ist, gehen Sie auf unsere Seite erpsystem.de. Oder wenn Ihnen der Newsletter gefallen ist, gehen Sie auf einen unserer Kanäle und dann gucken Sie einfach mal, was da noch so los ist. Und für unseren Kameramann Dennis haben wir uns heute auch was Nettes überlegt? Kleine Halloween-Kekse. Du kannst dich also freuen, Dennis, und Sie bleiben uns einfach gewogen bis zur nächsten Ausgabe. Und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Deshalb habe ich das mit dem Würstchen noch eingebaut. Sehr gut, Frau Merken. Hätte ich aber auch auswendig gewusst. Ich kann aus. Fake News. Tschüss. Vielen Dank.